Hallo. Hallo. Hast du ein neues Fahrrad? Ja. Cool, ich wünsche mir auch ein neues. Komm, lass uns in die Kita gehen. Ja, ich freue mich schon auf heute, weil heute kommt doch der Krankenwagen. Ja, ich freue mich auch schon ganz doll. Hallo Frau Strumpfhose. Hallo. Wann kommt der Krankenwagen? Der kommt bald. Ihr könnt noch so lange draußen spielen gehen. Ich ruf euch dann. Ist gut. Komm, lass uns mit dem Karussell fahren. Das ist eine gute Idee. Juhu, das macht so Spaß. Das ist so toll. Ja. Oh, das war toll. Juhu. Kinder, komm, der Krankenwagen ist gleich da. Ja, wir kommen. Hallo Kinder. Hallo. Hallo. Ich bin der Herr Pflaster und das ist Frau Spritze. Wir sind heute hier, um euch den Krankenwagen zu zeigen und zu erklären. Ja. Ja, juhu. Freut ihr euch schon, ja? Ja. Ja, dann fangen wir gleich an. Kommt mal mit, dann zeige ich euch, wie da drinnen aussieht und was es dort alles gibt. So Kinder, so sieht es im Krankenwagen aus. Oh, ist das cool hier. Ja. Wart ihr noch nie im Krankenwagen? Nein. Na ja, auch besser so. Also, guckt mal. Hier an der Seite, hier haben wir einen Infusionsbeutel. Da oben Beatmungsgerät, Blutdruckmessgerät und da vorne, da seht ihr die Liege. Die können wir nachher mal raustun, dann kann jedes Kind mal drauf liegen. Und da oben, über dem Fahrerhaus, haben wir zwei Koffer. Da haben wir dann Spritzen drin, Verbandszeug, alles was man im Notfall braucht, damit wir den Leuten schnell helfen können. Die werden hier erst versorgt und dann werden sie ganz schnell ins Krankenhaus gebracht und dort wird denen dann weitergeholfen. Oh, cool. Juhu, das macht Spaß. Hier, Kinder, sind unsere Notfallkoffer. Da gibt es dann verschiedene Spritzen, Ampullen, Tabletten und unser Verbandszeug. Möchtet ihr sich mal eins von euch verbinden lassen? Ich, ich. Okay, dann komm mal her. Guck mal, da hast du einen einwandfreien Gipsverband bekommen. Gefällt der dir? Ja. Aber den machen wir jetzt gleich wieder ab, damit du noch spielen kannst, okay? Mhm. Jetzt sind wir fertig, Kinder, mit dem Zeigen und Erklären von unseren Sachen. Und jetzt darf jedes Kind eine Probefahrt mit uns machen. Ja. Juhu. Jasmin ist fertig, jetzt darfst du, Tamina. Juhu. Tschüss. Tschüss. So, Kinder, jetzt sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß gemacht und ihr habt etwas gelernt. Ja, das war so toll, das hat so Spaß gemacht. Ja. Super, das freut mich. Also, dann habt noch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Tschüss.